Okay Leute, nachdem der koreanische Leaker gestern die Spoiler nicht posten konnte aus privaten Gründen, aber scheinbar die Zeit hatte, einen Post zu machen, in dem er sagte, dass er die Spoiler eben nicht posten könne, anstatt einfach die Spoiler zu posten, hat er heute endlich die Spoiler veröffentlicht. One Piece Kapitel 1016 wird den Titel tragen, Kyo Otama. Laut der CP0 hat sich das ganze Machtverhältnis in Wano Kuni ein wenig verändert. Wir wissen ja, dass die Pleasurer und die Waiters mittlerweile zur Ruffy Allianz gehören. Kaido hat somit nur noch 20.000 Männer und Ruffys Allianz ist auf 7.000 Mann angestiegen. Die Leute in Onikashima reden über die Situation im Krieg. Denn viele sind sich noch nicht so wirklich sicher, ist Ruffy tatsächlich noch am Leben oder eben nicht. Auch sehen wir weiter einen Kampf zwischen Nami und Ulti und hier muss ich mich erstmal bei meinen Zuschauern entschuldigen. In den Livestreams haben viele gesagt, Ulti taucht wieder auf, Sohan-Teufelskräfte, vor allem Antike, Sohan-Teufelskräfte sind deutlich stärker und haben sehr gute regenerative Kräfte. Daran habe ich nicht geglaubt und habe behauptet, Ulti ist einfach komplett down und wird nicht mehr aufstehen. Ulti dodged auf jeden Fall eine Attacke von Nami, doch dank dem neuen Power-Up Zeus verfolgt die Attacke dann Ulti, welche Ulti letzten Endes dann auch besiegt. Der Klima-Tag-Stock hat wohl auch seine Form verändert und Zeus bittet Nami darum, ihm einen neuen Namen zu geben. Nami überlegt und kommt auf den Namen Wata. Ja, dieser scheint Zeus nicht zu gefallen, denn direkt im nächsten Kapitel nennt er sich eben wieder Zeus. Lissop währenddessen fängt Bao-Huang und sagt zu Otama, sie solle in ganz Onigashima reden. Welche Nachricht hat aber Otama letzten Endes zu verbreiten? Naja, komisch. Yamato vs. Kaido sehen wir dann eben auch am Ende des Kapitels und Yamato sagt, Ich werde mit Ruffy zu See fahren, aber vorher kicken wir dich aus Wano Kuni. Daraufhin antwortet Kaido, Denk ja nicht, ich halte mich zurück Yamato. Es scheint, es gäbe es irgendwie einen bestimmten Grund, warum Kaido in Wano Kuni ist. Möchte er dort irgendwas finden oder weiß er vielleicht irgendwas, was wir noch nicht wissen? Am Ende sagt Yamato dann, Ich kann dich zwar nicht besiegen, aber ich werde so lange kämpfen, bis Ruffy wieder auftaucht. Und nächste Woche gibt es dann wieder eine kleine One-Piece-Pause. Ja, Kapitel 1017 wird erst übernächste Woche erscheinen. Und das war es jetzt auch erstmal mit den Spoilern zu One-Piece Kapitel 1016. Ich hoffe wie immer, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like auf dem Video da. Wenn ihr in Zukunft keine Spoiler mehr verpassen möchtet, dann drückt einmal fett auf den Abo-Button, um auch in Zukunft keines meiner Videos mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao!